Unsere Stadtmauer in Schongau. So schön sicher. Keine Stadtmauer hat so gut gehalten wie unsere auf dem Lechberg. Und auch beim Stromanbieter heißt es in Schongau. Sicherheit ist gut, wenn sie denn auch günstig und fair ist. Unser Angebot für Ihren Haushaltsstrom ist grüner Strom mit einem klassischen Stromtarif. Dafür ist Erdger Schwaben Ihr Partner als regionaler Stromanbieter. Sicher, günstig und nah. Und wir setzen dabei auf Naturstrom. Sie bekommen den vollen Service und den fairen Strompreis. Wechseln Sie zu MeinGünstigStrom und Sie werden es merken. Auf Dauer spart nur Schwaben Power. Einfach hier klicken. Einfach hier klicken.